Guten Tag und Willkommen zu einer weiteren Folge von Krozax Back to War. Wir werden hier mal weitermachen, weitermachen. Mit 0 Truppen. Sehr schön. Hat aber hoffentlich schon mal was gebracht. So, dreifache Borgschwindigkeit. Und den Timer an, nicht vergessen. Hier ist ein bisschen Ruhe jetzt. Könnt ihr ja nochmal so ein Ding bauen. So. Ist richtig spannend, ne? Truppen bauen hier. Aber muss sein. Oh, alles ruhig, ey. Die sind auch richtig gut, finde ich. Boah, lahme Finger, lahme Finger, lahme Finger. Guck mal hier. Guck mal hier. Da kommen keine Truppen. Machen gerade Pause. Rekrutierungspause. Rekrutierungspause war. So. Komm, hilf mal mit. Der Platz wird. Der Platz wird nämlich hier ein bisschen eng. Kann man mit denen schon angreifen? Ja. Ja. Machen wir einfach. 200 Mann, das müsste doch machbar sein. Oh, haben wir eine Goldmine. Oh, das waren Truppen eben verloren, ey. Ne. Aber wir wissen jetzt, was da auf uns zukommt. Moment. Ein wenig. So. Die waren mit ihren Kanonen, ey. Die waren mit ihren Kanonen, ey. Die treffen auch nur ihre Läuse. Die treffen auch nur ihre Läuse. So, gehen wir mal mit denen da hin. Die Biene haben sie auch schon wieder. So. So. Mal gucken, was wir hier ausrichten können. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nichts. So. Einfach nur Produktions... ...Dinger bauen, ja. ...Dinger, wir lösen ein bisschen mehr. Oh. Einfach die Grundverteilung aufbauen. Boah, ich bin so schlecht. 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 Boah, ich bin so schlecht.